Ich probiere jetzt noch mal City Clash. Ich hoffe es kommt was. Mal gucken ob Carla Cash dreimal erscheint. Schau. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. Na jo, bis später. Ja, ich probier's mal. Mal was Lustfotos. Ich dachte, der hüpft schon direkt rein. Vielleicht sehen wir ja nochmal 5 Siebener wie damals. Das wäre doch mal schön. Oh, was ist da oben los? Ach, Orangen-Chaos. Okay. Und da unten, H7er können's wahrscheinlich nicht sein. Glocken. Und? Ein Powerspin. Rettet uns dieses eine Powerspin? Nein. Schade. Die hüpft auch nicht rein. Schade. 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 Kommt überhaupt nichts mehr? Tja, schade. Ich bin ein bisschen mehr jetzt von versprochen. Aber gehört nichts. 1,50 Euro. Tja. Da kann man nur sagen, na gut, bis später. Bis später. Die Turmspiele lasse ich erstmal weg. Da brauchen wir ja Guthaben für. Gehen wir mal wieder zu ein paar Standardsachen. Machen wir ein auf Urs. Mit Lucky Nugget in Verbindung. Ach, ich hab hier grad nur 10 Euro drauf. Probieren wir es trotzdem mal. Vielleicht macht er ja was, dass wir uns halten während der Buchzeit. So was zum Beispiel. Ja. 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 Na, komm jetzt mach auch was. Wow 100 Euro. Das ist gut. Als Anfängerglück, ich glaube ich kenne Spiele schon etwas länger. Nicht schlecht. Komm weiter jetzt, hau was rein, jawoll. Mach noch voll, das wärs voll super drin und jetzt am besten noch 3 Supers oder so. Da oben ist auch noch ein Mini, aber da sind wir ja nicht Glück gehabt. Komm mach Double. Hau ihn raus. Komm mach den Double. Schade. Oh, ist hier eine Action in der Halle. Also am Verkehr draußen. Und da klatscht sich die Finger runter. Da oben. Die Winger Fund. Ja, netter Jackpot. Jetzt können wir mal was höher gehen. Mal schon hoffen, dass noch was kommt. Mit dem Geld können wir mal auf Turmspiele gehen. Gleich. Aber jetzt kommt wahrscheinlich nichts mehr nach den 100 Euro. Das ist wahrscheinlich eh wieder Ruhe. Ja. Keine Ahnung hat noch was passiert. Meistens ja eher weniger dann. Ja. Und? Und? Jetzt kommt aber wieder aus 60 Euro überhaupt nichts hier. Tja. Ja, ich mach mal ein anderes Spiel. Bis gleich. Na. Ja. Frischo?